19, 20, 21, ja. Boop! So. Wann? Achso, ich soll anfangen, okay. Hey Freunde und willkommen zur 21. Folge Warum... Warum... 21 Tage sind wir... Ja und wir haben... Hey, keine Spawnfalle um uns herum, yes! Was? Was ist denn hier los? Lass denn sein, das Spiel muss kaputt sein. Das glaube ich auch. Reklamier es für nachts. Ja, das heißt wir können auch ein paar Monster töten jetzt so ein bisschen... Leveln. Ja, könnten wir, theoretisch. Okay. Wo bist du überhaupt gerade? Ich bin hier. Goldapfel, auf geht's. Warte mal, irgendwie hängt mein Spiel gerade. Oh, da ist es. Hast du nicht einen Apfel gefunden noch? Ich hab einen Apfel gefunden, genau. Ich bin jetzt hier unterwegs. Wollt ich mir nächste Folge machen, ne? Was? Ja, hast du schon einen Goldapfel daraus gemacht, meine ich? Ne, hab ich noch nicht. Okay, dann mach das eben noch. Ich hab kein Gold. Ach ne, ich hab 6 Gold, warte, wie viel brauche ich denn? Warte, ich machs eben. Ich hab genug. Alles klar. Auf geht's. Ähm. Soll ich den Gold geben? Ja, okay, okay. Machen wir so, zack, zack, zack. So, machen wir's. Die Leute sagen ja immer, ich bin irgendwie unproduktiv hier. Bam, guck mal, ich hab Kohle aus dem Ofen geholt. Bam, unproduktiv. Okay, hast du? Buh, seht ihr ja? Bam. Goldapfel. Jetzt können wir uns einmal hin. Haben wir immer Goldapfel. Auch nicht, wenn's nicht die krassen sind. Okay Leute, ich hab übrigens die Folge von unserem Ziel nochmal angeguckt, was übrigens Gamer-Klinik war, nur als Info. Ja, ärgerlich. Und er war noch da. Er hat zwar schon alles abgebaut in seiner Base, hat sich aber kurz danach ausgelockt, noch voll in der Nähe von seiner Base. Wären wir ihn einfach nachgejoint, dann hätten wir ihn bekommen. Aber damit konnte ja keiner ahnen, weil echt alles danach aussah, dass der schon lange weg ist. Genau, das muss man einfach nicht. Naja, jetzt geht's auf zum Spawn. Wir wollen in der Hölle leveln, beziehungsweise unsere Wege trennen sich. Was nicht gut ist. Vermutlich. Das ist aber halt schon echt riskant, wenn man sich aufteilt. Jaja, vor allem ich in der Hölle, Alter. Ich wusste nicht mal, was dieses hüpfende Ding ist. Ja, ja, einfach nichts angreifen, es sei denn, es greift dich an. Das ist die goldene Regel für die Hölle. Alles klar. Und ja, wir wollten es halt so machen, dass Holly jetzt in die Hölle geht. Holly in die Hölle. Hihi. Und da wieder sich Erfahrung holt. Und ich gehe in der Zeit mit Zomger ein bisschen auf Reise und suche Zuckerrohr und Leder. Mhm. Ja, und dann verzaubern wir weiter, weil im Endeffekt können wir nicht mehr so viel machen, Leute. Ich weiß, die anderen Teams haben alle schon Diamantsachen und so verzaubert teilweise. Aber... Vorsicht, hier sind... Ah! Holly, mach keinen Scheiß. Nix, hier sind nur drei Creeper. Drei Creeper. Drei ganze Creeper, ey. Scheiße. Kill ich alle, kill ich alle, kill ich alle. Ja, mittlerweile... Oh Gott! Oh! Wow! Siehst du, wer reingejoint ist? Wer? Ahhhh! Mörder! Alter, wo sind die denn? Warte mal, wo bist du? Am Spawn sind die in Sicherheit. Ich bin im Wasser. Mann, hör auf, Mann! Okay, warte, 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 warte. Wir sind in Sicherheit am Spawn. Ich bewege mich kein Stück mehr. Oder die wissen, wo wir sind und... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte auf mich anderen. Ey ruhig. Ja, Leute, der Kondon ist ja mittlerweile tot. Gestorben, blutig am Spawn, niedergestreckt von Mr. Morgame und Castcrafter. Die schlagen wirklich zu. Ich verstehe auch irgendwie nicht, warum mein Lava-Eimer immer leer geht. Okay, ich hab nicht meinen. Er geht immer leer. Ich fülle ihn auf. Wo seid ihr? Was macht ihr so? Alles klar? Oh mein Gott, ich hab keinen Bock. Ja, komm Richtung Spawn. Ja, warte, warte. Ich möchte jetzt ein bisschen langsamer, weil die waren nicht am Spawn. Die haben ja gegen... Was ist das denn da? Ja, die haben gegen die gekämpft. Am Spawn aber. Ja, aua, aua. Ich hab die nicht geschlagen. Nein, 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 nein. Achso, Zomger. Ja, okay. Hör! Blocken. Noch keinen Scheiß. Kann man irgendwie Pferde füttern oder so, damit die wieder Leben kriegen? Weiß ich nicht. Ich hoffe doch. Okay, wir gehen einfach in Richtung Spawn, okay? Oh Mann, Junge. Aber nicht so schnell. Warte, warte, warte. Ich möchte jetzt auch... Warte, wir laufen irgendwie falsch. Ja, okay, okay. Das... Au! Du blödarsch da hinten. Creeper! Oh, ich hasse es, Alter. Hör auf damit, ey. Ich hasse Monster. Die gehen mir so auf die Nerven. Komm, wir wollen in die Top 10, oder nicht? Das ist doch dein Plan gewesen. Ja. Auf geht's. Ja, das enthör ich dich jetzt. Damit will ich das genau. Oh ne, ups. Wir werden jetzt sowieso sterben. Ja, nehmen noch nicht. Nehmen noch mehr Leute, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ganz nicht mehr sicher, wie viele überhaupt leben. Elf Stück leben. Ja, elf Stück. So, pass auf. Wir gehen mit Zuckerrohr. Sehr gut, ja. Beschäftige ich mich mit Zuckerrohr. Super. Also irgendwie nicht aufsammeln gerade. Okay. Boah, es ist gerade chaotisch, Alter. Boah. Muss was droppen. Vor allem ist das spannend. Hier, ähm, Effizienzbuch. Braucht kein Mensch. Oh, kacke. Es wird auch hell. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt richtig laufen. Wo ist denn die Mauer? Ist das irgendwie blöd? Ach, zum Beispiel, es wird hell. Ich hacke mich gerade richtig ab, diese Dunkelheit. Ist das vielleicht der letzte Sonnenaufgang, den wir sehen werden, Delay? Nein. Es wird nicht zu einem Kampf kommen, diese Folge. Kann ich auch jetzt schon sagen. In diese Richtung geht's. Dein Ernst, ne? Ja, die sind wahrscheinlich voll verrückt. Nein, warte mal. Die sind erstmal die Richtung raus. Verrückt auf der Suche. In diese geht's. Ja, komm. Okay. Alles klar, alles klar. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jetzt geht's zum Nullpunkt. Haben die schon geschrieben, wo die sind? Nein. Nö. Warum nicht? Also wenn gleich irgendwie Mr. Morgan plötzlich auftaucht, dann wird aus Versehen mein Spiel abstützen. Ja, die sind jetzt ja nachgejoint offensichtlich. Ja. Das heißt, die haben... Wir wissen, dass die Jagd auf uns machen theoretisch. Aber die können nicht wissen, wo wir sind. Beziehungsweise eigentlich schon. Eigentlich schon. Wir waren ziemlich nah. Also dort, wo wir in der Folge auskommen. Ja. Aber wenn die jetzt da sich eingeloggt haben, dann haben die uns schon lange nicht mehr im Blick, wo wir hin sind. Ja, okay. Bis noch da, ne? Sehr gut. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich muss noch alle rächen. Hab ich versprochen. Wir sollten vielleicht erstmal ein paar Taktiken durchgehen, falls es zu einem Kampf kommt. Einem Teamkampf. Genau. Gegen ein anderes Team. Eins ausschalten. Beide auf eins oder so versuchen. Richtig. Das ist das Wichtigste. Weil da hab ich gesehen, da sind die meisten Leute daran gestorben. Sowohl Zomgear als auch Conzone. Die haben sich nicht auf einen konzentriert. Wären die beide auf einen gegangen. Ja, ja. Bis sie sind langsamer unterwegs sind. Ja, ja. Ich warte mal hier. Hätten die zumindest einen noch ausgeschaltet. Also es war ja so, dass Mr. Morgame und Carscrafter, glaube ich, beide nach dem Kampf mit Kedos und Conny nur noch, ja, drei Herzen hatten oder so. Echt drei Herzen? Boah. Ja, und die sind fast nie auf einen gegangen. Die haben sich immer aufgeteilt, ihre Ziele. Und das war halt dumm. Warte, warte, warte. Hab ich da gerade ein Abendschild gesehen? Was? Oh. Meins vielleicht? Warte, nein, 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 nein. Ich hab nach hinten geguckt. Ich weiß nicht. Ich halluziniere. Ich drehe durch, Mann. Ja. Ja. Oli, mach mir keine Angst. Wir gehen gerade wahrscheinlich... Ich schätze eher, dass die am Spawn sind. Also kommt die Folge vielleicht doch noch zum Kampf. Vielleicht zu einem kleinen Kampf so. So, aber wir laufen gerade richtig. Hier waren wir ja schon mal. Ja, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ne, 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 ne. Ich bin ein bisschen langsamer unterwegs. Okay, aber du siehst mich, ja. Ja, teilweise. Wir sollten uns aber nicht so... Wir reden hier von Teamplay und sowas und dann distanzieren wir uns. Ja, mit dem Pferd geht es ja nicht anders. Wir reden hier vom Kampfteamplay. Kalt. Ich warte, das Pferd wird dein Ende. Das hat auch schon Zuschauer geschrieben. Nein. Doch. Es wird irgendwie auf dich fallen. Vomgehr würde mir niemals was tun. Ja, wir haben kaum noch was zu essen, ne? Ja, eben. Das denke ich auch gerade. Deswegen sollten wir auch unterwegs mal ein bisschen... Ich habe gar nichts mehr. Du hast gar nichts mehr, ey. Ich habe auch nur noch zwei... Warte, ich droppe mal ein paar Effizienzbücher. Sammle die mal nicht auf. Also unnötige Bücher, die wir eh nicht brauchen. Ja. Ich gebe dir Deckung. Brings brauchen wir nicht. Dirt brauchen wir nicht. Zombie, Fleisch. Behalt dich mal, weil das ist gerade mein einziges Essen. Teats brauchen wir nicht. Was? Fleisch soll ich suchen oder was? Ja, wir müssen eigentlich echt mal Fleisch suchen. Ja, ja. Ganz viel Fleisch sogar. Aber ich sehe hier keine Kuh, nur Pferde. Ja, lass uns mal um Nahrung kümmern, weil ich habe keinen Bock... ...an 100 zu sterben. Weil ich nicht regenerieren kann oder so ein Scheiß. Ja. So. Ja, pass auf. Ich reite mal einfach hier so ein bisschen weiter weg. Genau. Wir können auch Hühner töten. Ja, genau, genau. Warte mal. Erstmal anzünden. Sammle ich das Fleisch ein? Ja, okay. Ah, das ist eine gute Idee. Fackel ab, ey. Geht doch. Sehr schön. Das sind Pferde. Nicht, dass sie den Dampf jetzt riechen. Wie in den Filmen, wo auch Leute auf der Flucht sind. Wir dürfen kein Feuer machen. In den Rauch. Ja, die werden uns gerade suchen, da bin ich mir sicher. Ja, ja, sowieso. Also wenn du irgendwen siehst, schrei panisch. Okay, warte, warte. Ich möchte aber wieder zu dir. Ich habe gerade einen Wald angezündet, ne? Ist das okay, oder? Ja, ja. Gut. Ich bin auf dieser Grasebene in dem Wald. Hey, wo bist du? Da, wo Pferde waren. Warte, ich komme mal ungefähr in die Richtung, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, komm, komm, komm. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Ja. Super, passt. Ähm, hast du was? Ja, ich habe Hähnchen jetzt für Stück. Für Essen bekommen. Okay. Oh, noch mehr. Äh, ja, wir laufen mal weiter in die Richtung, äh, Richtung Spawn. Ständig in Gefahr. Sind sie schon da? Sind sie hier? Wo sind sie? Siehst du mich? Ich bin gerade hier ein bisschen runter, warte. Ich reite mal kurz den Berg hoch. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Sehr gut. Warte. Und in diese Richtung geht es dann weiter. Mal kurz nach hinten gucken, weißt du, damit wir nicht irgendwie plötzlich eingekreist werden oder sowas. Ein brenntes, brenntes Skelett. Ja, aber hier auf der offenen Ebene haben wir ja einen guten Überblick. Naja, und wenig Fluchtmöglichkeiten. Na, genug. Ich habe genug auf meinem Pferd. Ja, du mich auch. Da hinten ist ein Schweinchen, warte, das hole ich mir. Okay. Reaper, den ignorier ich. Hm, ich reite schon mal auf die andere Seite des Berges. Ah, Skelett. Gott. Ja, das habe ich eben schon gesehen. Und da ist noch ein Creeper. Ganz ruhig, okay. Boah, da ist auch noch ein Creeper. Oder ist es kein Creeper? Ich weiß es nicht. Heb auf die Kacke, heb auf die Kacke. Ist kein Creeper hier? Ist kein Mordingsbombs hier? Schwarzpulver. Wozu brauche ich Schwarzpulver? Man weiß es nicht. Reite mal kurz hier auf die Spitze des Berges, weil da habe ich einen guten Überblick. Stell dir mal vor, die würden mich jetzt angreifen, ne? Ich wäre so am Arsch. Ich komme in den Berg hoch. Ah, in die Richtung ist glaube ich der Spawn. Sollen wir euch Kotz geben? Kotz? Achso, Koordinaten. Achso. Kotz. Nö. Na klar können die uns das geben, aber wir werden nicht kommen. Ja sag ihnen mal. Nein. Sie sollen mal geben, ja ja. Aber dann wissen wir wo wir nicht hingehen. So, wir müssen jetzt hier runter. Angst, dass ich irgendwie einen Tod stürze. Ist das dein Pferd? So. Gut. Wir haben schon 10 Minuten um für die Folge, ne? Ja, ja, deswegen. Ja, nein. Ja, ja, doch, doch. Warum nicht? Dann schreib. Nein. Nein. Du bist da hinten, ey. Weißt du, du verbrauchst ja keine Ausdauer. Oder? Auf dem Pferd? Ne. Wir müssen jetzt ein bisschen hier rum. Ja, deswegen bin ich die ganze Zeit am Arsch, ey. Ich muss die ganze Zeit fressen. Aua. Kommste? Was soll denn? Ich geh jetzt ganz langsam. Ich geh ganz langsam, wenns easy ist. Ja, ja. Okay. Ne, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann nicht. Ja, dann nicht. Soll ich mal schreiben, wir sehen euch? Soll ich mal schreiben? Komm. I see you. Oh man. Huh, hinter mir. Nein? Gut, nichts. Ich werd mal kurz ab, um zu gucken, wie viel Nahrung ich brauche. Erstmal kurz Zombie-Fleisch. Mhm. Ja, in diesem Biom sind nicht so viele Tiere, oder? Kann das sein? Allgemein gibt es kaum noch Tiere. Spawnen die überhaupt neu? Warum liegen hier Sachen? Ja, wir sind beim Spawnen. Guck mal, was das ist. Oh Gott, warte. Easy, easy, easy. Die können hier sein, ne? Das weißt du. Ja, ich weiß, deswegen. Komm, komm, duck dich. Runter von deinem scheiß Pferd, ey. Nein, nein. Oh, die epische Musik hier. Nein, nein, Holly. Weißt du, Holly, vor der Aufnahme noch so. Ich hoffe, uns steuern welche nach, weil wir wissen noch gar nicht, was wir machen sollen. Ja. Und jetzt, wo sie da sind. Duck dich. Runter vom Fehl. Naja, weil du dann mich nicht im Stich lässt, wie jetzt zum Beispiel. Ja, wo sind sie denn? Du lässt mich im Stich. Ich komm doch wieder zurück. Ich reite doch nur voraus. Ich weiß nicht, wo du bist. Hallo, wo bist du? Du siehst doch, wo die spawnen sollen. Keine Ahnung, wo du bist. Hä? Warum ist alles schwarz? Auf der Spawn, 0, 0. Ja, natürlich weißt du wohin, ey. Du bist immer direkt so panisch. Nein, ich bin nicht panisch. Ich dachte, ich bin schon panisch. Wir sind beide verdammt panisch, ey. Ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Wir hätten uns Team Panic oder sowas nennen sollen. Ja. Ganz dolly Panic. Ey, warte mal. Was ist das da hinten? Nein. Ja, ich bin am spawnen jetzt, ja. Ich hab richtig Angst. Ja, warte, warte. Ich geh jetzt auch nach oben hin. Die sehen wahrscheinlich jetzt meinen Namen. Wahrscheinlich werden wir jetzt von hinten so einen Creeper. Bam! Fertig. Ende. Sind die? Die sind doch bestimmt irgendwo hier. Ja, warte. Im Häuschen bestimmt. Pass auf, Mann. Die müssen irgendwo hier sein. Weil, soweit ich weiß, war doch die letzte Folge die, wo die die getötet haben. Oder waren die am spawnen, oder nicht? Genau. Ich bin weiter hinten, ja? Du lockst die dann hier zum Wald. Okay, ja. Okay, aber pass auf, wenn du einen siehst, schrei sofort. Ich komm zu dir. Okay. Reite mal ein bisschen voraus. Aber einer von denen hat zumindest auch ein Pferd, ne? Einer hat auch ein Pferd? Ach du Kacke. Zumindest. Die hatten sogar mal zwei, aber eins haben die verloren. Ja, einen Sattel hast du ja. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ernsthaft? Ja, da hinten sind sie. Ich seh ihn. Ich seh ihn, komm her. Willkommen in der letzten Folge Minecraft-Varo bei uns, weil wir haben keine Chance gegen die. Aber der ist verdammt weit weg. Der ist verdammt weit weg. Richtung Säule da, da hinten irgendwo. Also ich hab da so'n, so'n Spieler gesehen, aber der war richtig verpixelnd alles mögliche, und der stand auch nirgendwo drauf. Hä? Warte mal. Kann ich mal rüber reiten? In Richtung Säule? Warte, warte, warte. Hier. Wo ich jetzt hinlaufe, halt. Geradeaus weiter. Okay, warte. Ich bin bei Säule. Bei Säule. Ja, warte mal. Mann, versteckt euch nicht. Wahrscheinlich sind die jetzt weiter gerannt. Die waren da, ey. Die waren da, wo wir hergekommen sind. Oder war das irgendwie eine Illusion von uns? Weiß ich es nicht. Ich hab da einen verdammten Spieler gesehen. Der hat rumgeguckt. Okay, bleib beim Haus in der Nähe. Mhm. Ja, die gehen jetzt wahrscheinlich weg. Ich würde aber auch nicht überziehen. Ne, ne, ne. Keine Kampfsituation. Wie lange haben wir? Okay. Ich bin wieder beim Haus da, ne? Wollte eigentlich gerade in die Richtung laufen, wo, äh... Das sah richtig gruselig aus. Oder war das wieder Steges Geist? Geh nicht, geh nicht zu weit weg. Ich glaube, das war Steges Geist aus der Hölle. Haha, wahrscheinlich, ey. Wollte eigentlich gerade dahin, wo, äh, Conny und so gestorben sind. Das war doch hier. Ja. Hier irgendwo. Die sind auf jeden Fall da weiter gerannt. Boah. 100%ig. Okay, da war ein Sklett. Ich bin nicht zu weit... Hab ich eine Enderman gepult? Ich bin... Alter, hör auf, Mann. Wo bist du denn, Alter? Bin vorum geportet. Ähm, ich bin... In der Mitte. Beim Portal in der Nähe. Ich reite die ganze Zeit hin und her. Ach, da hinten seh ich. Guck mich um. Du stehst einfach so jetzt gerade, ne? Jaja, jetzt bewege ich mich wieder. Okay, äh, du meinst, du hast sie gesehen? Jaja, da stand ein Spieler. Direkt da hinten. In der Luft. Ich hab keine Ahnung, ob das ein berühmter Bug ist oder sowas. Vielleicht hab ich mich selber gesehen. Ja, ich seh dich oft. Du stehst immer noch auf dem Baum, ne? Ja, genau. Und genau... Da war ich wieder. Leute, wir könnten jetzt einen Kampf mit denen eingehen. Wir können natürlich schreiben, wo wir sind. Da würden die sofort herkommen, aber... Ja, aber... Frontalen Kampf können wir nicht überleben. Wir müssen die irgendwie dann irgendwie austricksen und alles mögliche. Ich weiß echt nicht. Es gibt mein Handy. Soll ich sagen, ohne Scheiß, wir haben euch gesehen? Ohne Scheiß, wir haben euch gesehen. Ohne Scheiß, wir haben uns... Wir haben uns... Euch... Gesehen. Oh Mann, Alter. Okay, wir müssen die Folge jetzt beenden erstmal. Wir können ja noch eine aufnehmen. Wir gehen erstmal raus. Äh, ausloggen. Nicht vergessen. Genau, ausloggen. Verbindung trennen. Okay, das war's in der Folge. Mal gucken, ob's morgen mit den eines vernichtenden Morkast kommt. Bis dann. Schauen wir mal. Bis dann. Mal gucken.